hallo und willkommen zurück auf meinem kanal grounded unser spiel und heute möchte ich verschiedene dinge tun und da ich nicht weiß dass alles also ob alles klappt würde ich sagen ja ich mache eins nach dem anderen beziehungsweise ich werde erst mal ins labor denn ich habe festgestellt ich habe einige dinge noch gar nicht entdeckt beziehungsweise zwar gesehen aber gar nicht erkundet und dementsprechend werde ich das jetzt mal nachholen wie zum beispiel diese tür die ihr grün ist aber ich nie reingegangen bin mal schauen was da so passiert wunderbar 100 pure wissenschaftspunkte das ist das da kann man gar nichts machen okay schade dass da ein kiesel nur nehmen wir den mit sagen wir hier eigentlich 9 volt block batterie ok sehr schön ist ja auch noch was kann ich da irgendwas machen ich denke nicht ich denke nicht so mal schauen und ja pure wissenschaftspunkte ist heute so ein kleines bisschen mein ziel und diese tür hier sie immer noch rot ist das stört mich ein bisschen und dementsprechend werde ich das mal ja ändern wunderbar das ging ja schneller als gedacht doch ich muss hier irgendwelche kombinationen machen wie bei der ersten tür dort hinten das dort damit dann endlich die tür aufgeht und ja erstmal danke an marcel wunderbar tolle kommentare zwar immer sehr viel ich hoffe ich kann mir alles merken und bevor ich jetzt hier weitermache moment ich muss was trinken okay gut die taste 6 und 7 da habe ich einmal 7 trinken allerdings wird das nicht besonders viel bringen egal so und auf der 6 haben wir glaube essen ja ja sehr gut da haben wir einen rüsselkäfer wie cool komm her halt erstmal die zwei den speer mit dem speer kriegen wir dich doch bestimmt ich würde dich nämlich gerne analysieren und außerdem sagte marcel ich kann aus dir einen schnorchel oder gasmaske oder beides machen wobei jetzt habe ich das auch noch umgeworfen hier und mit dir nein ja natürlich die ausladen ich habe es natürlich aufgenommen okay das war eigentlich nicht mein ziel so als erstes werde ich jetzt mal zu sehen dass ich hier was zu trinken bekomme und gleichzeitig noch ein bisschen pflanzenfaser aufnehmen wenn ich welche sehe ja und in der letzten folge hat mich eine sache gestört und zwar dass ich beim zurück rennen hier irgendwie immer stecken geblieben bin so nehmen wir doch mal das beil und hatten die zu müssen schon mal weg ja ok wenn es orange ist dass vielleicht der hinweis es geht nicht so ok erstmal abgehakt die bleiben hier liegen sind ja sowieso in der nähe unserer provisorischen base und dementsprechend werde ich jetzt mal zu sehen dass ich moment so dass ich jetzt was zu trinken bekomme was liegt denn darum was hier buddelt sich etwas durch den stein ok leute ich würde sagen da müsst ihr euch was überlegen das ist irgendwie nicht so ganz richtig was ist das denn rüsselkäfer rüssel was war denn das jetzt eben ok so und da wir eh essen brauchen nehmen wir die auch noch mit und hier haben wir das gute kostbare nass saft tropfen ja gut und ich wollte eigentlich mal schauen also der sperr erstmal wieder raus denn was er sagte auch ich kann mich mit ratspinnen anlegen das möchte ich gerne ausprobieren und dementsprechend suche ich doch jetzt mal eine so nehmen wir die auch noch nö ich denke ich und noch ein paar blätter mitnehmen und nach dem analysieren schauen wir noch mal im labor ich meine ich habe da was vergessen ich hier nicht ne ich glaube nicht ich glaube nicht dass ich da was gesehen hatte was nützlich wäre aber ich sehe da etwas was nützlich ist ja trinken schluf schluf hier russlingeln nehme ich auch noch ein paar mit gucken ja jetzt kann ich alles gut gebrauchen glaube ich reichen haben wir meine ich noch genug jetzt will ich mal dabei belassen kann ich denn jetzt überhaupt was analysieren moment ja wir können wir können analysieren weitere wissenschaftspunkte das freut mich ja ja ach dann eben nein 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 ach da doch ich muss hin na egal weiter analysieren mit unserer neu gefundenen tür wo wir schneller zum analysator kommen wie heißt das ding noch gleich richtig analysator ist doch nicht richtig oder ressourcen analysator ok dann nehmen wir doch den da ist was reingelaufen analysieren großer käfer scheu aber aha und 20 pure wissenschaftspunkte sehr schön dann moment jetzt ja russl käfer busse analysiert und wir bekommen eine gasmaske ok also schnauke war es nicht gut nicht so schlimm dann habe ich mich bestimmt vertan macht nichts kein problem so und jetzt wollte ich noch schauen eine fackel bräuchte ich glaube ich dafür und moment hat die fackel herstellen da müsste doch die fackel sein und die können wir herstellen warum kann ich die nicht herstellen ach so saft mir ja gut alles wird geschlurft naja da haben wir alles da dann machen wir das doch mal herstellen und ausrüsten na gut weiter geht's denn ich habe hier glaube ich auch was gesehen ja tatsächlich ja noch mal 1000 nein 100 pure wissenschaftspunkte 1000 das wäre zu viel glaube ich und haben wir noch mehr da geht es auf jeden fall tief runter da unten ist auch noch was super ich hoffe ich komme irgendwie wieder raus beziehungsweise hoch und mal gucken wasser gut noch mal 100 pure wissenschaftspunkte ist sehr schön prima so und wie komme ich jetzt hier wieder raus komme ich da hoch ich denke er nicht nee das lasse ich mal lieber bleiben mal gucken wie sieht das hier unten aus da tauchen ist nicht so richtig ne meine fackel ist aus nein warum warum ist meine fackel aus ok das wäre jetzt passiert was ist das ich mache auch eine neue egal ob ich eine habe oder nicht so noch mal ins inventar klampel stengel ok man sagt nur dann ist die andere fackel weg oder nur sie ganz danach aus na gut aber unsere fackel hält auch nicht lange was ist das was kann das sein was 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 und was nichts da ok ja die fackel hält wirklich nicht lange das war nicht so gut aber auch ohne lichten jedes mal ich nicht meinen anderen und dann gehen wir hier mal über ja das geht sogar wunderbar ich ja super hier noch irgendwas noch irgendwas zu sehen wo wissenschaftspunkte wo wo sind sie dem analysieren hier komme ich noch nicht ganz klar aber aber wenn wir näher kommen nämlich an gibt es mehr punkte also diese grünen leucht leds ja sagen wir leds genau ok jetzt wollen wir mal schauen was da war doch schon wieder die laus ok nein fragen habe ich glaube ich gerade erst mal nicht ich möchte punkte tauschen jawohl machen wir und wie war das hier ok denen haben wir gekauft also war das ausgeblendet gut mehrgeschossige basen marcel sagt mehrgeschossige basen bräuchte ich auf jeden fall dann nehmen wir die mit und 300 punkte habe ich noch das gut so schön moment hat noch zum analysieren ok gut ich hoffe ich sehe jetzt eine radspinne irgendwo draußen natürlich und jetzt bin ich doch andersrum na gut vom vogel aus sollte das ok sein da sollte der selbe weg etwas sein kein problem dann raus hier zu sehen bisschen material farmen und zwischendurch mal nach linken schauen denn ich würde nämlich auch gerne noch zu sehen dass ich hier in der basis was das was passiert hier hallo hallo ok ja mir wird nichts angezeigt also nehmen wir das mal so hin ja das kann ich nicht weg nein das sowieso nicht packwerkzeug ja gut ok dann nehmen wir doch mal das weil genau ich brauche also noch eins mit höherem rang gut trotzdem der sperr wieder raus und mal gucken ob ich irgendwo eine spinne sehe denn die können wir doch bestimmt auch analysieren los kommt schon spinne lustige sterben budget jetzt wie unsere neue folge mal gucken ob das klappt so auf jeden fall blocken nicht vergessen und die muss ich irgendwann auch was ist denn das ist das müsste doch eigentlich löwenzahn sein nach den blättern sieht aber eher aus als ob das eine distel ist die kann ich doch bestimmt so jetzt auch noch nicht der karten oder ähnliches na egal das wollte man jetzt gar nicht tun da ist eine spinne juhu und erst mal was zu trinken da ich habe einen tropfen gefunden und noch ein wirst du kann die boxen also treten so spinnen wo habe ich sie eben gesehen ich meine da ja ich hole ich nein ach so ok ich dachte schon ich spreche mich jetzt an oder sowas ja gern die du mit das gibt's doch gar nicht lauf Lauf, lauf, lauf Das gibt's doch gar nicht Sind eh schon stärker Und da bringen sie auch noch Kumpels mit Ab ins Wasser Vielleicht hilft das Lauf, lauf doch Nein Tut mir leid Ich konnte nicht schneller laufen gerade Die Hausdauer war weg Na gut, Rucksack holen Wieso bringt die ihre Kumpels mit? Die sind eh stärker wie wir Das ist nicht fair Und eigentlich sind Spinnen doch keine Grundtiere Was soll das? Ich glaube, das ist nicht so ganz richtig Ja, ja Ich brauch mal einen Rucksack Ja, das ist ja jetzt richtig dumm gelaufen Also das Schade eigentlich Ich hab mich so gefreut Da ist unser Rucksack Super Mach ich noch einen Versuch Ein Versuch machen wir noch Vielleicht mal einen Vielleicht mal eine Spinne Ohne dass da ein Kumpel dabei ist Das wäre viel schöner So Da ist die Spinne wieder Okay Die Ratspinne Ja Aber wie kriege ich die hergelockt Ohne dass die andere kommt Ja Ich greife die an Und hole sie mir woanders hin Ein bisschen tanken sozusagen Ah komm Kommt 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 schon Na 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 Okay Okay Spick geblockt Das ist nicht gut Ich bin fast tot Und die Spinne hat noch genügend Leben Und das war's Toll Das sah aber schon gar nicht so schlecht aus Finde ich Also Ich bin zumindest nicht ganz unzufrieden Und Begeistert allerdings auch nicht Naja gut Ups Nein Ja ich würde sagen Ich hole jetzt meinen Rucksack Wobei der Versuch sah echt gut aus Können wir das noch einmal ausprobieren Hm Moment halt Da ist er doch Ich laufe ja ganz falsch Ich bin noch zu der alten Stelle gelaufen Das war doch schon mal gar nicht richtig So Noch 30 27 Ja Und da ist er So Da ist die Spinne wieder Ja Sie habe ich gesehen Das ist schon mal nicht schlecht So Nein Schon wieder Verdammt Ja ja Sieht gar nicht so schlecht aus Wenn du nicht abhauen würdest Nein Komm Komm Bau dich Ohne deine Kumpels Bist du nämlich nix Ha 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 Uh Komm 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 Na Aha Schon wieder das Netz Ah Komm 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 Fast geschafft Komm Nein Nein Ach kommt Leute Guckt euch das an Fast geschafft Ah Ein letzter Versuch noch Was meint er Ja Doch Doch Das hat Spaß gemacht Jo Einen Versuch Haben wir noch So Schade dass der Weg So weit ist Ich könnte ja da auch Ein Zelt aufstellen Und einen Spawnpunkt Machen oder Ne 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 Ich Überziehe jetzt schon Also Ich würde sagen Einen Versuch Haben wir noch Ja Sieht's aus Ja Ist okay So Schmelder Rucksack Wohin Was Da liegt ein Speer Oh Oh Kieselsperr Will ich den da fein lassen Scheinbar So Ach komm Nicht abhauen Nicht abhauen Da ist sie wieder Die Ratschpinne Ja Komm schon Leg dich mit dem J an Komm Ja Komm 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 Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier Ja Komm 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 Auch mal ein bisschen blocken hier zwischendurch Und flüchten Ja Auch schön Ich muss hier von dem Loch weg Ich muss hier von dem Loch weg Das geht so nicht Ansonsten Oh nein Das wird wieder nichts Okay Gut Ich gebe auf Ich gebe auf Mensch Jung 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 Gut Ich gebe jetzt Für den Moment Erstmal auf Das war schon ganz gut Aber nicht gut genug Ich denke Da muss ich noch ein bisschen besser werden Und dementsprechend Aber ich hoffe es hat euch gefallen Nehmt noch ein Abo mit Und kommentiert Wie es der Marcel so tut Also wie es der Marcel macht Sehr schön Sehr hilfreich Und dementsprechend Komm ich hier ordentlich Auch ganz gut Im Spiel voran Denke ich Hoff ich doch Und dementsprechend Bewertet Und an dieser Stelle Würde ich sagen Machen wir dann das nächste Mal weiter Wie du kreist mich jetzt an Ja Ich denke wir machen bei Dieser Stelle Beim nächsten Mal wieder weiter Und Ja Bis demnächst Ciao